Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Ich habe euch hier mal wieder einen MAD mitgebracht, hier vom 1. Januar 1985, weil ich immer wieder gefragt wurde, ob ich nicht vielleicht eins der Faltbilder zeigen könnte. Wer mit MAD aufgewachsen ist, weiß schon, was das ist. Für den wird das ein kleiner Nostalgie-Trip. Für alle anderen, Kinder, passt auf, hier lernt ihr noch was. Wir drehen uns mal um. Und auf der vorletzten Seite gab es bei MAD immer diese Faltbilder. Hier steht jetzt ein ziemlich langer Text, den lese ich nicht vor. Hier unten steht aber noch, Krisen kündigen manchmal ihren Vernichtungsweg durch Himmelserscheinungen an. Was dahinter stecken kann, verrät uns ein Blick auf die Gestirne. So, jetzt geht es darum, das zu falten. Das mache ich natürlich nicht mit dem Original, die sammle ich, ja. Aber ich habe das schon mal vorbereitet und hier Farb kopiert. So, wenn wir jetzt das Falten, was ich hier in einer halbstündigen Arbeit schon erledigt habe, sehen wir, da unten steht Krieg der Sterne und hier fliegt eine Rakete. Gut, ich hoffe, ich konnte allen das nochmal vorführen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann!